Hallo und guten Abend. Großes Talent und eine ganze Menge Kreativität, das zeichnet die Künstler hier im Atelier Goldstein in Frankfurt aus. Seit 2001 stellen Menschen wie Julius Bockelt jeden Tag ihr Können unter Beweis und schaffen beeindruckende Kunstwerke. Das wird eine Jesus-Skulptur für die Kirche in Aulhausen. Seit diesem Jahr arbeite ich richtig da dran. Wow. Das ist ein tolles Gefühl, so eine riesengroße Skulptur, die wie so ein richtiger Mensch da steht. Hier muss noch was weg. Es ist mir manchmal gruselig, weil das so ein Riesending ist, aber du schaffst es. Dies ist nur eines von vielen Projekten, die die Aktion Mensch jeden Monat unterstützt und Sie machen das mit Ihrem Los möglich. Hier sind die Hauptgewinner der Woche. Der Geldgewinn geht an die Losendziffern 49 49 48 6. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 6263879. Das Haushaltsgeld geht an die 6224472. Die Gewinnzahlen für die Sofortrente lauten 9408 342 und 4152535. Der Supergewinn in Höhe von 2 Millionen Euro geht an die 8244597. Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht sind Sie ja nächste Woche dabei. Ihr persönliches Los gibt es bei allen Banken und Sparkassen und auf aktion-mensch.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.